... darüber, bis wann man arbeiten kann. Und 67, 69 und so weiter und so weiter. Und da verwechseln die immer ihren Beruf mit anderen Berufen. Natürlich kannst du mit 90 im Bundestag noch rumdödeln, ohne dass es einer merkt. Aber du kannst kein Dach decken mehr. Das ist das Problem. Verstehen Sie, das muss ich immer den anderen Kolleginnen und Kollegen erklären.